Ja, soviel zum Thema Drachengräber. Brauch ich jetzt aber nicht zwingend. Gut, alles abgegeben. Objekt. Ja, den Ring kann ich ja eigentlich mit mir tragen, obwohl es wäre sicherer, wenn ich den hier ablegen würde. Äh, Zauberdränge. Nein, Bekleidung brauchen wir hier. Genau, den. Der kann weg. Jetzt habe ich theoretisch wieder genug Platz im Inventar. Ja, wunderschön. Geht es euch nicht gut, Schätzchen? Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwa... Habe ich denn immer noch diese komische Krankheit? Alter, Schlossknacken. Ataxie. Ich sage, wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Schlimm ist das. Okay, das ist das Zeug von vorhin noch. Das brauchte ich ja nicht. Mann, was brauche ich denn? Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Genau. Ich würde gerne einen guten Amulett suchen, was ich machen könnte. Aber das mache ich dann wahrscheinlich mal eine freie Minute. Ja, jetzt nicht. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Ähm... Na, hier unten wollte ich ja eigentlich jetzt nicht weitermachen. Ich wollte endlich mal den Augun von Dunelein finden. Oder nein, Moment. Genau, den Drachen könnte ich mal töten. Das ist eine gute Idee. Da war ich leider noch nicht. Bergantor. Ich renne von Azura. Das könnte ich noch machen. Super, mache ich mal. Ob ich von hier bis hier oben hinkomme? Ich weiß gar nicht. Hm. Hm. Na dann, auf zur Drachenjahr. Hm. Habe ich dann wenigstens ein paar Quests hier oben wieder mal fertig gemacht. Ah, es ist dunkel. Cool. Frostiges Feuer. Haben die eigentlich schon wieder diesen Stab dort? Ich weiß gar nicht. Gleich mal gucken. Weil jedes Mal, wenn ich hier bin, klaue ich ja diesen einen Stab. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Oh, ziemlich beschissen. Was gibt's nicht? Der ist jedes Mal hier. Jedes Mal. Und das Gold. So. Hm. Heilen könnte mich keiner. Schloss knacken und... Taschendiebstahl ist jetzt auch nicht so schlimm. Das kann ich ja. Oh. So. Ach, genau. Obwohl. Natürlich. Ja. Toll. Äh, F. Muss ich mal jetzt hier hoch irgendwie. Geradeaus. Ja. Wenn ich's schaffe, könnte ich sogar noch dort hoch. Ich hoffe nur, ich renne schnell genug. Und nichts kommt irgendwie mir in die Quelle. Das wär ganz nett. Ja. Alter, komm ich da... Ich glaub hier kann ich hoch. Jep. Genau. Verzündet, alles prima. Ach, sieh mal einer an. Nee, ich hab sowieso noch nicht... Oh. Hehe. Ist jetzt nicht eier ernst, oder? Ist das ein Trappodum? Nö. Eistreu. Eistreu. Ja, wow. Ich bin ja wirklich... sehr intelligent. Eistreu mit dem Eis kaputt zu haben. Wo ist meine Seelenfalle? Oh, jetzt ist er kaputt. Oh, jetzt ist er kaputt. Schönen Dank, Eistreu. Schönen Dank. Was macht denn die Ziege hier? Was macht denn die Ziege hier? So. So. Hier sieht man einen Eistroll. Ziemlich einfach eigentlich. Ah, ein Eisgeist. Ah, da hoch muss ich. Ich bin fast schon da, wie es scheint. Nee, ich bin falsch gelaufen, oder? Aber erstmal machen wir den Eisgeist hier. Vielleicht auch noch hier eine Seelenfalle. Sind noch mehr von den Dingern hier? Nö. Hallo. Genau, da ist er doch. Handt der vor mir weg, oder wie? Wie? Hm. Schnelle Heilung. Oh, die Verschwörung wieder oben. Hehe. Hehe. Man kann ihn noch immer. Ja. Was muss ich das denn noch machen? Das ist ja immer. Echte Rüstung und wieder verbesserte Fläche. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ok, jetzt habe ich schon ein Problem. Ok, jetzt habe ich schon ein Problem. Hm. Aber ich muss schon sagen, das hält ganz schön lange. Hier ist die Seelenfalle. Aber ich habe die permanent drauf gewirkt. Von daher ist das ja eigentlich auch etwas gegen die Regel. Aber egal. Ja, hier muss ich jetzt nach. Irgendwie. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, hier hoch zu laufen. Hm. Wer weiß, wer weiß. Mann, jedes Mal so ein Drache. Aber der ist noch nicht rot auf der Karte eingezeichnet. Von daher gilt er auch nicht als Gegner. Ja, komm. Kletter jetzt hoch jetzt hier. Ach ne, oder? Spring doch jetzt endlich mal hier noch. Ok, ich bin auf alle Fälle... Falsch. Ich muss noch ein bisschen weiter laufen.